Sie sind wie die Pest am Leib unseres Herrn. Eine monströse, lebende, atmende Pestbeule. Gott will, dass ich Priester will. Tu doch was! Häng nicht einfach so da rum! Tu was! Du Schwein! Los raus hier, raus hier, geh sofort nach uns! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Dein Reich kommt. Dein will geschehen, wie im Himmel so weit wird. Du Schwein! Wie könnt ihr euch von diesem Mann abwenden? Und euch auch noch katholisch nennen? Geh runter! 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 Untertitelung des ZDF, 2020